Christina Henni, Babygeschlecht versehentlich verraten? Christina Henni und Luca Henni gaben noch nicht preis, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Hat das jetzt ein Freund übernommen? Eigentlich teilt letztens Profi Christina Henni, die wir lange als Christina Loft kannten, sehr gerne private Details mit ihren Fans. Doch seit sie ihre Schwangerschaft verkündete, hat sie nach eigener Aussage eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wenn sie aktuell Fotos teile, logge sie damit bestimmte Leute aus ihren dunklen Löchern hier auf Social Media. Punkt Letztenstag Christine Lufthalt neues Schwangerschaftsupdate. Punkt Die 33-Jährige lässt sich aber nicht entmutigen, schränkte ihre Instagram-Aktivität zwar ein, entschloss sich am Wochenende des 10. Und 11. Februar 2024 aber dennoch dazu, zwei neue, wunderschöne Schwangerschaftsschnappschüsse hochzuladen. Punkt Auf den Aufnahmen steht die Tänzerin vor einem neutralen Hintergrund und präsentiert stolz ihren schönen Babybauch, der durch ein offenes helles Wollierken und eine heruntergekrempelte Jeans perfekt in Szene gesetzt wird. Wir are growing, wir wachsen, lautet die Bilderunterschrift. Danke für die wunderschönen Bilder bei uns zu Hause eingefangen. Edbasti Sevastos bedankt sie sich bei dem Fotografen, der die schönen Fotos machte. Genau der könnte nun einen Hinweis auf das Geschlecht von Christinas und Lukas Baby gegeben haben, denn während die 33-Jährige, wohl ganz bewusst, immer nur neutrale weiße Herzen postet, wenn es um ihren Nachwuchs geht, entschied sich Basti Sevastos, der zugleich ein Freund des Paares zu sein scheint, neben einem gerührt reinblickenden Smilie auch für ein blaues Herz-Emoji, um auf Christinas Dankeschön zu reagieren. Gut möglich, dass es sich hierbei nur um einen Zufall handelt. Es könnte aber auch sein, dass der Fotograf weiß, dass die Hennys einen Sohn erwarten und sich deshalb für das charakteristische blaue Herz entschied. Um die Antwort zu erhalten, müssen wir uns wohl noch ein paar Monate gedulden. Wie lange genau, ist nicht offiziell bekannt, denn den genauen Stichtag der Geburt hat die 33-Jährigen nicht publik gemacht. Wann kommt das Baby von Luca Henni und Christina Henni? Im August 2023 hatten sich Luca Henni und Christina Luft das Ja-Wort gegeben, schon wenige Tage später ging es für das Duo in die Flitte-Wochen. Punkt Ende September 2023 kehrten sie glücklich und zufrieden zurück. Ende Dezember 2023 gaben sie dann bekannt, schwanger zu sein. Sollten sie sich dabei an die gängige Zwölf-Wochen-Regel gehalten haben, könnte Baby Henni tatsächlich während des Honeymoons entstanden sein. Christina Henni wäre dann aktuell ca. in der 21 Wochen und somit im sechste Monat schwanger. Bereits im Juni 2024 wäre es dann soweit. Während Luca Henni und seine Christina das Babygeschlecht noch nicht offiziell verkündet haben, feierten Renata Lucin und Valentin Lucin sogar eine Gender-Reveal-Party. Sie erwarten ein Mädchen. Wann es genauso weit ist, behielten sie jedoch ebenfalls für sich. Da die Schwangerschaft der Lucins zuerst bekannt gegeben wurde, dürfte ihr Baby jedoch schon früher auf die Welt kommen. Punkt Christina Henni, ich hab seit ich schwanger bin eine Zielscheibe auf dem Rücken. Punkt in einer ihrer Stories schrieb die Tänzerin, ich versuche eure Bitte entgegenzukommen und euch mehr privat mitzunehmen, was ihr aber aktuell schwerfällt. Gerade damit lockt man bestimmte Leute aus ihren dunklen Löchern hier auf Social Media. Was genau sie damit meint, wird nicht direkt klar, aber die nächsten Worte stimmen traurig, ich hab seit ich schwanger bin eine Zielscheibe auf dem Rücken. Punkt in weiteren Stories führt sie weiter aus, das ist scheinbar um negative Kommentare wegen ihren Umgang mit der Schwangerschaft zu gehen. Sie würde konstruktive Diskussion sehr schätzen, aber oftmals handele es sich um Kommentare, die nur Hass verbreiten, aber die werden von ihr direkt gelöscht.